Hallo und herzlich willkommen bei Ikuma Games. Ich zeige euch erneut, vorher schon auf der Quest 2 habe ich euch das schon mal gezeigt, aber ich zeige euch jetzt Ancient Dungeon für die Pico 4. Ja, da gibt es jetzt seit kurzem dieses Spiel hier. Ich hatte befürchtet, dass es noch länger dauert. Ich hatte damals, als die Pico 4 rauskam, den Entwickler gefragt und er meinte, ja, weiß man nicht, aber Pico 4 ist jetzt wohl gut genug oder erfolgreich genug, dass jetzt auch der Entwickler das hier umgesetzt hat. Und ich habe es kurz getestet und es funktioniert gut. Ich möchte euch das Ganze einmal vorstellen. Schaut euch gerne nochmal mein anderes Video dazu an, damals von der Quest Version, aber da war das Game, glaube ich, längst nicht so weit. Also es ist immer noch eine Alpha, muss man sagen, aber es hat einen Roguelike Charakter bzw. ist ein Roguelite Game und dementsprechend funktioniert es jetzt auch schon sehr gut und es mangelt auch meiner Meinung nach nicht nach Inhalten. So, Play Mode, ich bin am Stehen. Controller Vibrations sind an, funktioniert auch sehr gut, finde ich, mit den Pico Controllern. Fast Respawn Mode. Nee, muss jetzt erstmal noch nicht sein. Speed Run Stats brauchen wir auch nicht. Combat kann man erst später. Ist leider auf Englisch nur, aber so viel Text gibt es dann auch nicht. Turning Mode ist Snap Turn, so habe ich das lieber. Ich versuche für euch nicht so viel mich zu bewegen. Headset Direction, Joystick Stats, alles okay. Es gibt auch ein Comfort Vignette, wenn man das braucht. So, wir gehen einfach mal rein. Wer das Spiel noch nicht kennt, es ist, wie gesagt, ein Roguelite. Das bedeutet, wenn ihr sterbt, kommt ihr wieder an euren Anfang zurück. Aber ihr könnt irgendwelche, ja, nee, eigentlich ist es sogar ein Roguelike. Roguelite bedeutet, dass man sich, ja, neue Fähigkeiten freischalten kann mit der Zeit. Das habt ihr hier nicht. Es gibt zwar so ein paar Stats, die man langfristig, glaube ich, aktivieren kann, aber in den meisten Fällen fangt ihr bei 0 an und müsst weiterkommen. Also, Binding of Isaac ist hier das Vorbild auf jeden Fall zu dem Spiel. Wer das kennt, ist das so ein 2D-Roguelike eben. Und das Ganze ist hier in First Person und in 3D und heißt eben Ancient Dungeon. Für die jetzt Pico 4. Und ich bin hier so ein Charakter. Ich habe hier meine Hände. Ich sehe meine Herzen hier. Die kann man halt eben auch erweitern. Später hat man ein Schwert. Und ich bin eben gerade gestorben, habe ein bisschen was gemacht. Jetzt gucken wir mal, was er hier zu sagen hat. Er möchte gerne einen Moment mehr reden. Okay, der will uns jetzt erklären hier, wie das funktioniert mit dem Roguelite-System. Unlock zu Insight. Genau, wenn ich sterbe, generiere ich Insight. Und dann gibt es hier Secrets, die man freischalten kann. Bei dem Stand war ich tatsächlich noch gar nicht, damals in der Alpha. Das scheint hier ein bisschen anders zu sein. Also zum Beispiel hier gibt es nach dem Boss eine Kartoffel anscheinend. Wenn man einen Boss besiegt hat, gibt es eine Kartoffel. Dann könnt ihr euer Leben halt regenerieren. Das könnt ihr freischalten. Das nach jedem Boss, das eben passiert. Dafür generiert man Insight. Also so oft ihr könnt, spielt ihr eben diese Runden. Versucht so weit zu kommen, wie ihr könnt. Und generiert dadurch Insight. Und könnt dann euer Leben für die nächste Runde erleichtern. Also doch eher ein Roguelite statt ein Roguelike. Roguelike ist eigentlich so, dass man quasi komplett immer von neu anfängt. Und man keine Möglichkeit hat, sich irgendwie aufzuleveln. So, wir haben hier unseren Schmied. Da können wir bestimmt unsere Waffe nachher verbessern. Oder eben hier, was alles noch Fragezeichen ist. Wie gesagt, ganz am Anfang des Spiels. Ich habe auch noch nichts in meinen Händen. Aber hier in den Dungeon geht man rein. Da steht es, Abenteurer haben diese Höhle betreten. Einer und Null sind returned. Wusste ich gar nicht, dass man auch wieder zurück kann. Aber wir werden sehen. So, hier gibt es ein paar Sachen. Sword und Knife. Also wir sind mit einem Schwert und einem Messer unterwegs. Zeige ich euch gleich. Und später gibt es anscheinend auch noch eine Armbrust und vielleicht auch einen Knife. Und der Entwickler ist eben ganz fleißig. Und es wird immer mehr im Spiel implementiert. Also immer mehr Bosse, immer mehr Gegenstände und so weiter. Und ich habe Glück. Also genau, der Clou ist natürlich bei einem Roguelite. Zufallsgenerierte Maps. Die werden immer neu generiert. Und ich habe jetzt hier meine neu generierte Map. Ich habe hier meine Map, die ich mir anschauen kann. Und da hat schon mich ein Gegner gesehen. Ich gucke mal gerade, seht ihr das? Okay, nee. Ich dachte schon, ihr seht meinen Guardian hier. Der nervt mich gerade ein bisschen. Ich muss mich mal ein bisschen rumbewegen. Das ist ein bisschen klein, der Guardian. Bei der Pico 4 muss ich mal größer machen oder gar deaktivieren. So, seht ihr? Da ist der Blob. Unser erster Gegner. Und den hauen wir erstmal kaputt. Ganz normale Schwertangriffe. Haben wir unser Schwert, genau. Und wir haben unseren Dolch. Den können wir dann schmeißen. Funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Also man zielt außerordentlich gut. Ich weiß gar nicht, hat das irgendwas... Weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich ziele sehr gut. So, und hier ist ein Zombie. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Das Spiel ist total immersiv. Also obwohl hier so eine Pixelgrafik ist. Dieser Zombie hier vorne. Der macht einem schon ein bisschen Angst. Also da hat der Entwickler echt gute Arbeit geleistet. Hier ein gutes Gefühl reinzubringen in dieses Spiel. Trotz Pixeloptik. Eben auch dadurch, dass es so schwarz ist. Man kann nicht weit gucken. Und dann geht man immer weiter und schaltet das Ganze frei. So, wir haben hier schon ein Item zu Beginn. Das ist eher selten. Gain a large amount of protection after destroying the next boss. Okay, also ich kriege quasi eine Art Schutzschild, wenn ich den nächsten Boss besiege. Bringt mir jetzt halt noch gar nichts. Dafür muss ich erstmal zu einem Boss kommen. Also ich habe mir gedacht, ich spiele das hier ungefähr ein Stündchen, um euch das Spiel näher zu bringen. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon in einer früheren Build gespielt. Aber eben auf der Quest 2. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob der Bildeindruck hier ein bisschen anders ist. Natürlich, es ist ein Standalone-Game, aber eben durch diese Optik, Pixeloptik, sind die Grafikanforderungen jetzt nicht extrem hoch. Aber ich spiele das Spiel eben auch auf dem PC. Und man sieht natürlich hier in der Ferne, das Bild flickert ein bisschen. Also es ist nicht unbedingt die native Auflösung, aber ich glaube, das war bei der Quest genauso. Also da gibt es keine großen Unterschiede. Der Werfen der Stein, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Das ist ja miese. Und hier diese Vertikalität finde ich auch sehr cool. Hier kommt eben so eine Fledermaus. Fledermaus, da machen wir um und die da unten wollen wir uns da abschmeißen. Ich kümmer mich gleich um die. Erstmal hier die Fächer. Drei Herzen sind echt wenig. Man stirbt sehr schnell, wenn man nicht aufpasst. Aber wenn man alles richtig macht, schaltet man eben auch Herzen frei. Das ist ein großer Blob. Komm. Oh, der entwickelt sich. Ich gucke, jetzt habe ich schon ein halbes Herz verloren. Da muss man echt gehörig aufpassen. Hier ist alles zu. Hier ist eine Tür und da ist eine Tür. Hier ist eben eine. Ich kann richtig gut zählen mit dem Ganzen. Hier ist ein Item. Das nehmen wir doch gleich mit. Schlüssel haben wir gefunden. Drei Schlüssel habe ich schon. Waren hier drei Schlüssel drin? So, hier geht es rüber. Ein Item. Slightly increases melee damage. Also mein Nahkampfangriff wird ein bisschen stärker. Es gibt jetzt auch hier so Stats. Genau, Sword Damage 7%. Nicht 7%, sondern 7. War wahrscheinlich vorher 5 oder so. Also ich mache jetzt ein bisschen mehr Damage. Das ist natürlich gut, wenn man das schon am Anfang hat. Hier wollen wir noch nicht weiter gehen, weil wenn ich hier runterspringe, dann komme ich nicht mehr zurück. Und es gibt hier noch ein paar Ecken, die ich nicht erkundet habe. So, zum Beispiel diese Tür hier rechts. Und da hinten die drei Zombies. Aber das ist doch gut. Jetzt habe ich mehr Damage. Und kann... Ich kann echt ausweichen. Also man kann auch echt super physisch ausweichen. Oh, da ist noch eine. Wo, wo? Ist der gestorben? Irgendwas hat mich gerade angegriffen. Okay, hier Spikes. Muss ich das Timing abpassen. Und rumgehen. When hit, nearby enemies are set on fire. Drachen. Das ist ein nicer Gegenstand. Was habe ich hier? Subsequent areas will contain more chests. Subsequent. Was heißt das? Ich glaube, das sind so Nebenorte, also die nicht... Sagen wir mal storyrelevant sind. Verstehe ich das richtig? Haben jetzt mehr Truhen. Das ist doch schön. Okay. Ey, aber ich glaube, das ist eine gute Runde. Das lohnt sich jetzt schon. Aber ich muss aufpassen, ich habe nur noch zwei Herzen. Sollte was zu essen finden. Und ähm... Mache daher diese... Diese... Diese Zombies hier. Lieber aus der Ferne bleibt. Kommt ab. Ausgewichen. Ausgewichen. Also es entsteht auf jeden Fall eine sehr schöne Dynamik in dem Spiel. Na komm, jetzt noch die Sünden. Das war knapp. Eieiei. Ich weiß gar nicht, ob das so viel sicher ist. Und ich gehe runter. Komm. Boah. 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 Stirb. So. Okay. Ja, hier ist eine Sackgasse. Ähm... War jetzt nichts... Nichts Besonderes für mich hier zum Looten. So. Hier kann ich jetzt klettern. Ganz aufpassen. Unter mir ist laudert der Tod. Okay. Wie gesagt, diese Vertikalität finde ich echt super. Wurde nachgepatcht. Teilweise geht es richtig hoch. Und es gibt auch verschiedene Welten, ne. Man geht halt von Level zu Level. So arenamäßig. Und ähm... Hinter jedem Level versteckt sich ein Boss. Und äh... Wir sind echt auch kreativ. Natürlich alles so ein bisschen Dungeon-mäßig. Also ihr werdet jetzt nicht... Eine... Ich weiß nicht. Schöne Wiese antreffen. Aber... Wir können jetzt definitiv hier runter gehen. Ja, bis jetzt ist kein Gegner abgefackelt. Obwohl ich hier eine Drachenlunge habe. Immer wenn ihr diesen Klick hört, dann äh... Haben irgendwelche Gegner einen erkannt. Muss ich das aktivieren? Es gibt auch Fähigkeiten, die man aktivieren kann. Ähm... Aber solche habe ich eben noch nicht. Ah, guck mal. Hier ist schon der Boss. Hier würde uns der erste Boss erwarten. Aber wir wollen noch ein bisschen erkunden. Und gehen daher noch ein bisschen... Weiter. So, gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, hier ist der Shop. Ha, ich wusste es doch. Hier ist ein Shop. Ähm... Ich kann euch nur sagen, verärgert die Shopkeeperin nicht. Dann haut ihr euch aufs Maul. Aber wir können hier unser Geld nutzen, um hier ein Fragezeichen zu kriegen. Also irgendwas zufälliges. Mal gucken. Ich habe ein bisschen Geld zurückbekommen. Probieren wir gleich nochmal. Eine Münze. Komm. Einmal noch. Das ist Glücksspiel. Das ist nicht gut. Ah. Was gibt es denn hier für Items? Gucken wir erst mal. Wo ich hier alles verbasele. Slightly increased evasion. Pots and crates explode when broken. Ne, das gefällt mir nicht unbedingt. Und striking the ground with your melee weapon produced a line of damaging spikes. Das ist ja cool. Aber 90. So viel habe ich noch nicht. Dann probieren wir einmal noch den Zufalls... Ja. Ich habe heute kein Glück. Dann lassen wir das lieber. und kümmern uns um den Boss. Denn ich glaube, doch, hier nach links geht es noch. Das schauen wir uns nochmal an. Noch eine Truhe. Wow. Okay, habt ihr das gesehen? Hier ist... Wow, so viele Gefahren. Ich steppe hier noch vor dem Boss, wenn das so weitergeht. Okay. Hier ist ein... Ein... Noxious Orb. Irgendwie so eine Giftflasche. So, jetzt muss ich aufpassen. Wow. Seht ihr? Diese Pfeile. Die sind ganz schön schnell. Okay. Oh, da ist noch so einer. Da muss man echt aufpassen. Da gehe ich lieber außen und... Geh schnell rum. Aber hat mir auch gar nichts gebracht. Hier ist ja auch nichts, ne? Ist wie gesagt zufallsgeneriert. Manchmal habt ihr richtig Glück. Ähm... Mit den Items und... Ähm... Zeug und... Oh, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, ne? Jetzt wurde ich getroffen. Und manchmal hat man eben auch Pech. Aber so ist es eben mit einem Rogue-Light. Das gehört einfach dazu. So. Ich habe jetzt gar nicht so viel Leben. Aber wir probieren es einfach mal. Und da ist... Da ist mir nur Gift. Hier, seht ihr? Bam! Scheiße. Oh, guck mal. Der hat diese Spikes. Diese Spikes könnte. Oh Gott. Okay. Ja, ich habe ihn mit allen Mitteln und noch Feuer am Ende. Hat doch geklappt. Ähm... Habe ich ihn doch recht schnell besiegt, ne? Kleiner Tipp hier. Die Laterne fällt runter. Das... Daran konnte ich mich noch erinnern. Ähm... Ich weiß gar nicht, ob jeder Boss so Kniffe hat. Aber... Wir haben den ersten Boss geschafft und gehen eine Ebene weiter. Jetzt haben wir hier... For a Coast... Used to cause an Explosion. Anarchist's Brand. Press A to activate an Activation Item. Oh, ich habe hier... Genau. Hier nach jedem Boss Rüstung. Stimmt, aber auch was. Okay. Wenn ich A drücke... Hier. Das ist meine Fähigkeit. Das können wir gleich mal testen beim Gegner. So. Jetzt könnten wir theoretisch nach jedem Boss, ähm... Rausgehen. Wenn er es davor macht, dann, ähm... Ist euer Speicher quasi hinfällig. Aber wir können eben... Uns ausruhen und dann nochmal hier weitermachen. Wenn wir tot sind, wie gesagt, Roguelite. Dann ist's vorbei. So, jetzt sind wir hier... Im nächsten Gebiet. Etwas... Anders von der Optik. Ne? Hier, die Gegner haben hier so eine Art Giftstrahlung. Und hier, ganz fiese Nummer... Diese, diese... Alles will ich töten hier in diesem Spiel. Na. Gerade bei denen, ne? Ich darf da jetzt nicht reinlaufen. Ich muss ausweichen. Aber die Viecher... Ihr seht's vielleicht gleich, wenn ich näher rangehe. Boah, die werden... Die machen einfach Boom. Naja, lieber von Weitem... Abschießen. Hier sind kleine Zellen. Ob da wohl jemand drin hockt? Weiß man nicht, ne? So. Weiter geht's. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Nicht gut. Aber hier müsste ich... Ich kann mich bestimmt auch ducken, ne? Gucken wir mal, ob das geht. Okay, das hat geklappt. Ist gar nicht erst aktiviert, ne? Ich duck mich nochmal. So, Tür aufgemacht. Und jetzt haben wir hier... Das sind so geheime Journals. Die kann man finden. Die geben euch mehr Insight und ein bisschen Lore von der Welt. Aber wir ducken uns nochmal und schleichen uns hier an den Dingern hier vorbei. So. Das ist ja ganz schön auf So, oder? Das ist übrigens ein deutscher Entwickler, der... Nicht bewegen. Ich hab immer noch ein halbes Herz, aber meine Rüstung hat mich gerettet. Boah. Guck mal, die... Spucken auch noch. Verdammt. Ja, wenn es so weiter geht, bin ich gleich tot. Ah, okay. Ich bin einfach explodiert. Ah. Ich mach das. Ich probiere es mal hier. Oh, cool. Guck mal, wie viel... Wie viel... Wie oft ich das benutzen kann. Ah, jetzt ist es leer. Ich konnte es ganz schön oft benutzen, ne? Ich dachte, das... Jetzt ist es von jetzt auf gleich leer. What the fuck? Geht's hier hoch? Nope. Gucken wir mal auf der Karte. Okay, wie geht's? Es geht nur hier weiter. So, Geld. Hat schon was... Souls-mäßiges manchmal. Okay. Boah. Die swooshen hier. Und haben da noch... Gefährlich, ey. Tschüss. Ja, man kann Leute auch runterschmeißen. Für Schlüssel hab ich noch zwei. Da sind noch Zombies. Komm her. Komm. Oh, Mist. Ich kann sie wegschlagen. Komm her. Boah. Da muss man noch einen richtigen Moment treffen. Oh, Mann, ey. Ganz schön anstrengend. Auf jeden Fall, ähm... Aufregend. Also... Das Spiel ist, wie gesagt, nicht unbedingt gruselig. Beklemmend wirkt es schon hier und da, aber... Oh, Mann, hier sind Viecher. Irgendwas... Das gehört. Ähm... Okay. Ich kann mich hier festhalten und schlagen. Kann ich auch... Ja. Boah. Ich darf nicht runterfallen. Ich bin hier oben. Oben dran. Bing. Bong. Bing. Okay. Ganz schön. Gefährlich, wie gesagt. Okay. Okay, meine... Wirklichkeit ist wieder aufgeladen. So. Wo bin ich denn hier hingeraten? Da hinten ging es ja auch noch weiter, ne? Das habe ich mir schon fast gedacht. Hier geht es runter. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen noch gucken. Ich brauche nämlich mal was zu essen. Ich habe noch ein halbes Herz und eine halbe Rüstung. Das ist nicht viel. Und wenn da bald der Boss kommt... Gut, ich glaube, das dauert noch einen Moment. Aber... So. Nein. Oh, Schande. Genau das wollte ich vermeiden. So, jetzt habe ich nur noch ein halbes Herz. Ich muss echt aufpassen. Das ist ein abgeschlossener Raum. Aber nichts drinne. Der Raum ist abgeschlossen. Hier öffnen. Oh, nee. Das ist so eine Truhe. Da kommen ganz viele Gegner. Also... Ich glaube, ich kann erst mal drum rum gehen. Gucken, was hier drin ist. Ich glaube, das kann ich jetzt gut gebrauchen. Hier werden nämlich jetzt bestimmt irgendwelche Gegner kommen. Also... Nee. Okay. 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 Okay, doch. Ich habe die Welt um mich herum langsamer gemacht. Oh, ich habe den hochgeschmissen. Nein. Oh, da war auch noch ein Item. Verdammt. Okay, ich bin gestorben. Bist in die zweite Welt geschafft. Da gibt es auf jeden Fall schon Speedrunner. Die gehen richtig ab. Aber ich denke, ihr habt dadurch einen guten Einblick in dieses Spiel bekommen. Wir geben jetzt noch Inside aus. Dann könnt ihr das auch nochmal sehen. Wir kommen jetzt quasi wieder hier in den Hub zurück. Schön beim Schmied und Co. Ich weiß gar nicht, wann man die Armbrust und andere Waffen freischaltet. Hier können wir sehen, welche Items es gibt. Beziehungsweise welche wir schon gefunden haben. Man sieht hier, es sind schon ein paar Items. Und das wird immer mehr. So wie bei Binding of Isaacs gab es immer mehr. Cool wäre natürlich irgendwann... Also die Waffe kann größer werden. Die wird länger, stärker, schwächer. Aber cool wäre... Bei Binding of Isaacs konnte man ja irgendwann richtig imba werden. Mit so einem Laserstrahl und so. Vielleicht entwickelt sich das auch in so eine Richtung hin. So, wir gucken mal hier. Shop. Was gibt es denn hier? Your chance of winning at the Merchant Slots machine is increased. Okay, das können wir uns anscheinend nicht leisten. Ich weiß gar nicht, was wir uns leisten können. Can't afford 25 von 60. Ah, okay. Wir können uns hier nichts leisten. Doch hier, das können wir uns leisten. Hidden Pages. Secret Area may be found in walls. Ceilings of floors. Aha, okay. Okay, also nicht Pages. Hidden Passages. Also Geheimwege können wir hier freischalten. Wenn wir das jetzt kaufen, machen wir mal. Dann schalten wir im Spiel hier und da doch mehr Geheimwege frei. Ganz cool eigentlich. Hier gibt es nochmal Geheimwege. Man kann auch versteckte Welten finden. Daran kann ich mich noch erinnern. Unsere Pages können wir hier auch sammeln für mehr Insight und mehr Lore von der Welt. Und dann hier sowas wie Achievements. Und die Mod-Community ist auch sehr stark. Es gibt schon sehr viele alternative Waffen, Fähigkeiten, Gegnertypen, Level und so weiter. Besucht euch den Discord von dem Spiel Ancient Dungeon. Lohnt sich auf jeden Fall. Verlinke ich alles unten in der Beschreibung. Und das war mein kleiner Einblick in das Spiel Ancient Dungeon herausgekommen. Kürzlich für die Pico 4. Ich meine für 20 Euro lohnt sich auf jeden Fall. Ist tatsächlich eins meiner Lieblingsspiele. Und dank der, sagen wir mal schlichten Grafik, aber im Retro-Stil, läuft es auch richtig super auf der Pico 4. Ich habe keine Ruckler, es bewegt sich alles super. Wie gesagt, leichtes Flickern, was wir so kennen von Standalone Gaming. Aber ich kann mir nicht meckern. Kann man auf jeden Fall total gut spielen. Eben auch im Standalone-Modus. Ansonsten gibt es die PC-Version. Könnt ihr auch natürlich reinschauen bei Steam und Oculus. Und ich hoffe, euch hat dieses Video von mir gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert diesen Kanal für mehr Videos zum Thema VR. Manchmal Spiele eher seltener. Aber ich stelle auch Produkte vor. Review Geräte, sofern ich sie denn habe. Und mehr dergleichen könnt ihr erwarten auf meinem Kanal. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.